Ich ärgere mich bloß um die Osa-Storien halt, ne? Du sagst, der Hunger treibst du langsam mit rein. Ich wollte schon den Hecht gerade entnehmen und vernaschen. So, da hat sich mal der Seitenwechsel mal gelohnt, wa? Auf die andere Seite. Ich hab hier gesagt, hier steht einer. Hätte ich nicht vermutet. Hundertprozentig. Hier steht immer einer. Honig lecker. Honig lecker. Auch nicht lecker. So kannst du stehen bleiben, das sieht richtig gut aus. Leute, ihr seht schon, wir haben wieder richtig Spaß hier. Schon am Anfang. Und wir haben Kaiserwetter. Das ist richtig geil. 20 Grad Außentemperatur. Mega. Wann hat man das mal? Ende Oktober, oder Carsten? Der Golden Oktober hat uns hier heute von seiner besten Seite gezeigt. Ja. Schön hier. Von seiner besten Seite. Ja, das war nicht ganz richtig, glaube ich. Naja, okay. Der Golden Oktober hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Fakt auch immer. Egal. Egal. Hört nicht drauf. Sowieso nicht. Nimm mal. Im Endeffekt haben wir heute gar keine richtige Mission hier am Start. Sondern wir wollen einfach nur schön Hecht angeln gehen. Wir haben viele Köder dabei. Ja, mal gucken, was es am Ende wird. Und wie viele Hechte es werden. Aber ich denke mal, ich bin sehr zuversichtlich. Ganz ehrlich. Heute. Vorhin habe ich hier gefragt. Es waren zwei. Zwei Hechte. Also ich bin zuversichtlich. Immerhin. Es ist wie Hechte, ja. Könnte doch schlechter laufen. So, Leute. Wir quatschen jetzt nicht viel. Wir legen jetzt los. Ich denke mal, wir machen jetzt gleich die ersten Würfe und dann geht's los. Auf geht's. Hechte rausknallen. Genau. So, bereit für den ersten Wurf. Gummifisch. Eine ordentliche Route. Ordentlicher Teich. Schön an der Schilfkante wie immer. Aber so fangen wir ja meistens an. Fahren auf dem Wasser rauf. Erstmal so. Uferbereich, Schilfkante. Der Klassiker halt. Habt ihr schon ein paar Videos gesehen. Hat immer wieder funktioniert. Und so wird es auch heute funktionieren. Hoffe ich. Da bin ich ja gespannt, Carsten. Ja, natürlich. Wir wollen ja nicht ohne Fisch heute nach Hause gehen. So, Carsten hat jetzt schon die ersten Würfe gemacht. Ich muss jetzt noch mein Stahlverfach wechseln. Und dann geht's bei mir auch los. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn endlich. Den Kollegen. Das heißt, endlich. So viele Würfe hast du gar nicht gemacht? Das stimmt allerdings. Aber ich muss dir sagen. War nicht so schlecht. Wo ist er? Schön. Ja, finde ich auch. Ich glaube, der wollte nicht in den Kescher. Nee, der hat sich wie fast jeder Fisch irgendwie dagegen entschieden. In den Kescher zu wollen. Und der will auch wieder raus. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, der springt gleich. Also den wollt er haben. Definitiv. Ja. Ich hoffe, mein Finger nicht gleich. Muss ich raus machen. Hier hilft nicht. Verband Zeug haben wir mit. Genau. Das stimmt allerdings. So. Hier haben wir den schönen Hecht. Oh, eine super Größe finde ich. Der erste für heute. Ja. Da können Sie sehen lassen. Der Schöne. Ich muss sagen, der hat ein echt kleines Maul für seine Größe. So wie ich sonst die Hechte kenne, ist das hier gar nicht so groß. So tief eingeschnitten. Was dir alles auffällt. Ja, wirklich. Ich habe schon so viele Hechte gesehen. Das fällt auf, wenn einer anders aussieht. Das ist mein dickes Petri. Danke, danke. So Chris, du musst auch langsam anfangen. Ich habe meinen ersten gefangen. Ich muss erstmal bauen. Mein Stahlverfach war nicht mehr so richtig. Deswegen muss ich das erstmal erneuern. Und das mache ich jetzt erstmal, damit ich erstmal optimal vorbereitet bin. Ja, das stimmt. Aber mein Hecht hat quasi meinen Stahlverfach gerade völlig zerstört. Also, wenn du quasi einen Köder am Wasser hast, bin ich am Bauern. Eigentlich ein gutes Ohm. Ja. Aber wie gesagt, ging ja schon mal ganz gut los, ne? Du hast ja wirklich nicht viel Würfe jetzt gemacht. Und hast tatsächlich schon mal den ersten Fisch gefangen. Ist schon mal gut. Ja, ein guter Start. Ja. So, hier nochmal der Erfolgsköder. Der war gerade noch neu. Am Kopf schöne paar Einschnitte gehabt. Hinten am Schwanz ist ein bisschen was eingeschnitten. Ja, so sieht ein erfolgreicher Gummiköder aus. Hattest du denn nicht schon letzte Woche dran? Also, ich weiß nicht, was du hier erzählst, aber... Der erste Nagel und dann ist der Packung. Hier liegt noch die Packung. Die ist gerade frisch und so viel rissen, ne? Nur ein einziger fehlt. Das und der da. Naja, kannst du dir erzählen? Ja, ja. Ich habe da irgendwie anders in Erinnerung. Das stimmt ja nicht. Letztes Woche war ich mit großen Ködern hier angelt. Krass, ich habe einfach was überlegt. Wir haben ja nicht wirklich eine Mission jetzt hier am Start gehabt. Aber du hast jetzt schon den ersten Fisch gefangen. Ich mache die gleiche Farbe ran. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal probieren, so viele Hechte wie möglich auf diese Farbe zu fangen? Naja, ich habe eine neue Packung bei. Da sind jetzt noch vier Ganze. Stimmt. Also, ich kann ein bisschen angeln. Da liegt auch noch einer rum. Da liegt nur noch einer dran. Den muss ich bloß umködern. Okay. Also, ich habe fünf Ganze. Sechs Ganze. Sechs Ganze habe ich bei. Na, pass auf. Wir testen das einfach mal, ja? Okay. Mal gucken, ob das wirklich der Erfolgsköder ist. Dann bleiben wir heute nur bei der Farbe. Okay. Also, einen hat er schon gefangen. Einen hat er schon gefangen, ja. Dann haben wir den zweiten. Not wirklich? Weg. Nein. Ah, schade, schade, schade. Mann. Der ist richtig rufgeschöppert, aber hing halt anscheinend nicht sauber noch. Kann man nicht machen, wäre das Werte gewesen. So bleibt es immer noch bei einem Hecht auf der guten Farbe, die wir uns ausgesucht haben. Also, scheint immer noch die richtige zu sein. Ja, jetzt habe ich fertig gebastelt. Jetzt kann ich auch mal den ersten Wurf machen. Ran an die Schilfkante. Heißt das nicht? Ran an den Speck? Sagt man eigentlich, ne? Ja, ran an den Hechtspeck. Könnt ihr euch aussuchen, Leute. Ran an die Schilfkante oder ran an den Hechtspeck? Das bringt der Herbst so mit sich die Blätter. Alles voller Blätter, ja. Aber auch auf dem Boden und so. Du bleibst immer so andauernd mal hängen. Aber egal, da stehen die Hechte, ne? Carsten, was tippst du eigentlich heute? Wie fangen wir denn auf der Farbe? Naja, der zweite wäre ja fast die Kommen. Ja. Was sagst du? Na, nochmal zwei. Nochmal zwei. Genau. Ich sag mal so, die müssen ja vielleicht nicht im Boot sein. Aber auf alle Fälle Action an der Angel. Also ich bleib bei meiner Anfangsprognose. Es werden zwei. Zwei Fische, habe ich gesagt. Ja. Ich stapel jetzt mal tief. Aber es war ja ganz schön Action jetzt gerade eben gewesen. In den letzten Minuten. Da hast du ja was dran, aber irgendwas Mülliges. Ja, wahrscheinlich wieder Laub. Ich sage drei. Drei Hechte fangen wir heute an. Ja. Also fangen heißt im Boot. Im Boot. Okay. Ich sage, wir haben Vierer eine Angel und mal gucken, was rauskommt. Okay. Alles klar. So Carsten. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hat der schön reingesammelt, ey. So, da kommt er. Und der Kescher ist natürlich noch hinter mir. Ist nicht schlimm. Holt ich gleich. Den holst du dir? Ja, ja. Ich hole den. Aber der hängt. Oder kannst du ihn ja holen, wie du magst? Warte, wir gucken mal, woher. Da hängt der. Da kommt er. Seidlich. Ja. Okay. Kescher. So. So. Bist du Kescher? Ich kescher den gleich. Oh, da, Mann. Toll. So, dann haben wir ja dein Minimalziel schon erreicht. Ging ziemlich schnell, oder? Ja, das war jetzt extrem schnell. Und vor allen Dingen auch Teamarbeit. Mega, Carsten. Sehr gut. Also die Farbe scheint wirklich zu funktionieren. Das ist jetzt der dritte Biss gewesen. Der zweite Hecht im Boot. Kommen wir mal machen. Kürzester Zeit, ne? Und jetzt noch mindestens einen Fisch an der Angel. Dann ist meins auch durch. Und dann können wir auch Mittagessen fahren. Ich hab Tiere schon mal. Ich hab die Oserstullen vergessen, Mensch. Ja, ich hab so eine Hoffnung gehabt auf die leckeren Oserstullen. Manometer. Ich hab da gesagt, ne, naja, er hat heute früh ein bisschen gefrühstückt. Hat nur Spei. Genau. So wurde ich entfäuscht. So, damit ihr auch seht, dass es die Farbe ist. Darin. Das präsentieren wir euch nochmal. Der zweite Peik für heute. Sehr schön. Läuft, Carsten, wa? Ja, läuft richtig gut. Wie gesagt, ja, so aktive Hechte, dass in so kurzer Zeit hier drei Stück unsere Köder mal kurz genascht haben, schon lange nicht mehr gehabt. Nicht in der Mittagshitze. Was ist das Wetter? Na, das ist die Mittagszeit. Die haben auch Hunger. 20 Grad Ende Oktober. Ich sag's dir, die haben richtig Bock. Ja, das stimmt. Das Wasser, weiß ich, keine Echelot bei, ich weiß gar nicht. Was schätzt du denn? Ich sage noch so 12 Grad. Schätzig. Ich sage 23. 23 Grad Wassertemperatur. Du bist quasi noch im Urlaub. So, Freunde, wir wechseln jetzt die Seite. Wir haben jetzt hier alles abgeangelt, haben jetzt zwei Fische gefangen, drei insgesamt gehakt und jetzt, ja, hüsen wir einfach mal rüber und schauen mal, was da die Hechte so sagen. Spinnen wem, ey. Spinnen wem? Ja. Boah. Schlimm, oder? Die hängen dann im Gesicht und dann, ja, wo man wischt, die bleiben trotzdem dran. Also bei mir nicht? Ja, ich hab's da abgekriegt, ich hab's da abgefangen. So, ob du vor mir sitzt, im Wind. Leute, er da führt uns wieder zum nächsten Spot und zwar wollen wir nämlich jetzt dahin. Also ziemlich ruhiger Bereich. Ja, jetzt werden wir mal unser Glück hier mal probieren. Sieht doch herrlich aus, oder? Sieht richtig gut aus. Hier hat man auch schöne Friedfischaktivitäten. Da hinten durch die Wellen haben wir jetzt nicht gesehen, aber hier ist ein bisschen Wind geschützt. Hier haben wir auf alle Fälle an der Oberfläche Kleinfische. Das sieht erstmal ganz gut aus, dass da ein Hecht in der Nähe steht. So, da hat sich mal der Seitenwechsel mal gelohnt, wa? Auch die andere Seite lieber. Uh. So. Sollen wir jetzt gleiches Spiel machen? Ja, oder gibt's den mir, wie du magst? So. Hängt endlich ganz gut hier außen. Ja schon. Und. Oh. Was ist Brot gesprungen, Alter? Das hab ich auch noch nicht ab. So, aber der hängt sehr, sehr gut. Na komm. So. So, mein Tipp ist erstmal nicht aufgegangen, wa? Ja, also beinahe passt das jetzt so. Aber sehr schön, die stehen wirklich noch richtig gut an der Kante. Hier, ne? Man muss bloß an der Schilfkante einfach den Köder platzieren. Und dann. Bopp. Hängt da. Eiskalt. Eiskalt. Mega. Farbe läuft. Gefällt mir. Na, da. Na, da. Na, da sieht er. Ich sehe die Finger bluten. Ich nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. So, da ist er. Ein bisschen kleiner als der andere. Aber egal. Es läuft ja. Richtig cool. So, da seht ihr auch. Die Farbe hat gestochen. Mega geil. Ja. Man kommt gar nicht in die Versuchung, irgendeine andere Farbe ran zu machen. Ganz ehrlich. Die läuft einfach. Gut, Carsten. Gut, dass du damit gestartet hast. Wirklich. Ja, das war so die innere Intuition, die man so hat. Die läuft heute. Du hast doch vorhin drei Fische gesagt, oder? Ich hab drei Fische gesagt. Stimmt. Ich hab mich nochmal korrigiert. Nach oben? Ja. Eigentlich zwei Fische, aber ich hab ja gesagt, wir fangen drei. Also darf jetzt keiner mehr kommen. Also du glaubst doch an uns, dass wir eigentlich jetzt entweder Nussbär fangen oder sehr gut fangen. Ich hoffe sehr gut. Oh, alter Vater. Was? Ich wollte den gerade rausheben, den Gummifisch Shepard. Hier ein 80er Hecht voller Möhre Ruff. Nein. Alter Schwede. Der kam gerade. Daniel Droschen wie Sau. Ich wollte gerade den Schwanleiten filmen. Ja, tut mir leid. Das war gerade nicht möglich, weil ich dich gestört habe. Oder der Hecht uns. Aber er hing halt nicht. Wie gesagt, wirklich beim rausheben, voll ruffgeschreppert. Zeig mal nochmal. Und ja. Na gut, dass du noch ein paar mit hast. Ja genau. Jetzt kann ich den nächsten aus der Packung rausnehmen. Ich hab dir gesagt, hier steht einer. Hätte ich nicht vermutet. Hundertprozentig. Hier steht immer einer. So. Da kommt er. Ja. Da ist er. Sehr gut. Und da ist er schon wieder weg. Na ja. Auch ein kleiner. Okay. War definitiv der kleinste heute. Nicht so schlimm. War jetzt mittlerweile Aktion 6. Hier wurden wir auf dem Boot. Also wir haben quasi vorhin alle zu tief gestapelt. Wir sind doch besser als wir dachten. Hahahaha. So. Jut. Das war der echte, der hier stand. Jetzt können wir hier quasi die Sache verlassen und wieder weiterfahren. Leute. Ende Oktober. Der Planet brennt. Es geht nicht. Ich muss den Pullover ausziehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, Carsten, dass es mal so warm war Ende Oktober. Wirklich nicht. Kannst du mich daran erinnern? Du lebst ja schon 40 Jahre. Mach mir nie älter als ich bin. Hahahaha. Nein, ich bin keine 40, falls du das jetzt innerdenkt. Hahahaha. So ein paar Jahre hin. Manometer, ey. Wahnsinn. 22 Grad. Herrlich. So. Wo sind die Fische? Hat schon seit 10 Minuten eine Schmellbissen. Bist du jetzt unzufrieden mit 6 Aktionen? Bisschen schon. Du nicht? Ich bin schon ein bisschen zufrieden. Also vollstand zufrieden eigentlich. Ich auch. Definitiv. Angeln macht definitiv hungrig. Und ich habe die Oserstullen vergessen. Mann ey. Carsten. Ich habe meine Hoffnung auf dich gesetzt. Was machen wir denn eigentlich? Wir müssen auf alle Fälle essen fahren. Wir müssen auf alle Fälle essen fahren. Definitiv. Weiß ich auch nicht. Irgendwie China oder Döner oder irgendwas. Was sagst du? Ja. Wenn denn China. Da kriegst du mehr für dein Geld. Okay. Also China. Gut. Ich habe so einen knurrenden Magen. Mann ey. Ich könnte drei so eine Boxen verdrücken. Definitiv. Naja. Aber ein bisschen bleiben wir ja noch. Denn wir wollen ja noch einen Fisch fangen. Also mir reicht es noch nicht Carsten. Gut. Und dann? Kamera weg und Angeln in der Hand. Sonst fängt sie nichts. Ja. Ich komm. Echt? Komm mit. Alter Alter. Ist der reingescheppert ey? Du hast gerade eine Pause gemacht ne? Ich habe gerade eine Fifi-Pause gemacht. Mannometer. Ich habe gesagt das lockt an. Mannometer. Da wird ja angelockt. Ja wirklich. Der kam. Ja. Genau da. Heftig. So ein Biss. Das war ja richtig geil gerade. Da war den kleinen. Ja. Wie gesagt die Farbe sticht. Jetzt haben wir auch wirklich eine ganze Menge Würfel jetzt gemacht. Seit dem letzten Hecht. Der nächste Fisch. Mannometer. Ich sag ja. Wie gesagt voll reingescheppert. So macht's Laune Leute. Chris. Ich habe doch gesagt. Das lockt die Fische ans Boot. Tja. Carsten sein Pipi. Ja genau. Also wenn man mal so eine kleine Pipi-Pause macht. Dann einfach den Köder in der Nähe platzieren. Und sofort springt der Hecht drauf. Klappt immer wieder. Du musst hier bald eincremen. Ja ne. Ich kriegst Sonnenbrand oder? Ja. Bei diesem geilen Wetter. Es ist traumhaft schön. Wirklich. Wir haben jetzt noch zwei schöne Tage vor uns. Und dann geht's so langsam runter. Aber ich kann's immer wieder betonen. Ende Oktober. Ende Oktober 22 Grad. Kann man immer so machen. Carsten schau mal vor dir. Ich hab den Kollegen schon gesehen. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt. Wo sind die anderen Zähne die wir sonst immer sehen. Aber jetzt ist es schon selten geworden. Vor zwei Jahren war ja so richtig krass Winter. Ganz lange. Viel Eis. Danach hat's richtig abgenommen. Meinst du darin liegt? Das wäre eine sinnvolle Erklärung. Weil es war halt genau danach. War der Bestand halt einfach. Ich sag mal zusammengebrochen. Jetzt nicht. Aber einfach viel viel weniger. Jetzt haben wir hier sechs bis zehn Stück gesehen. Jedes Mal wo wir draußen waren. Und jetzt haben wir ein. Ja wer also immer regelmäßig die OSA Videos verfolgt hat. Der hat immer wieder Nuti als bei uns in den Videos gesehen. Aber in der letzten Zeit wie Carsten schon sagte. Nichts mehr. Deswegen ist das schon eine Rarität was wir euch gerade eben gezeigt haben. Feuer frei für den Nächsten. Feuer Rillenschilf. So muss es sein. Mann ey. Ich bin trotzdem motiviert. Und da kommt der Schilf. Ist das schon mal so ein schönes Schilf hier gesehen? Ja. Wunderschön. Frisches Grün. Nur Oktober. Hm. Herrlich. So zweiter Versuch. Na da sieht doch besser aus. Perfekt. Warte mal ab. Warte mal ab. Wartest ab? Ja. Warte. Drei. Zwei. Eins. Hat nie gesessen. Ist klar. Ich hab heute sogar mal Pause gemacht, um was zu trinken. Bei Chris sieht das anders aus. Seine Flasche. Na ja, ein bisschen ist schon raus. Komm. Ja, also für deine Verhältnisse auf alle Fälle eine halbe Flasche ist schon viel. Ich ärgere mich bloß um die Ostersteuern halt, ne? Du sagst, der Hunger treibst du so langsam mit rein. Ich wollte schon den Hecht gerade entnehmen. Und vernaschen. Einfach, einfach wie so ein Maiskräum abknauern. Genau. Nein, ich denke auch, wir machen ja eh gleich Schluss. Und dann werden wir uns mal ne schöne... Ah, wieder. Mann, da gibt's denn sowas? Ich würde sagen, ne schöne China-Pfanne gönnen. Mann, ey! Da kommt das nächste angeflogen. Ach, es wird langsam Zeit, glaube ich, dass wir hier aufhören. Wenn die Würfe nicht mehr sitzen, ist auch eh. Dann ist vorbei. Ach eh, da geht noch. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Na ja, der Hunger zählt so dolle. Wir müssen echt los. Sonst fällt mir hier noch ins Wasser. Also, fahren wir zurück. Wir fahren jetzt wieder zurück zum Auto. Okay. Ja, super. Geil denn los? Okay, da hast du recht. Mh. Die Verpackung, die ich jetzt mal aufkriegen würde hier. Verkauf reißen. Ja, hab ich geschafft. Ach, geil, ey. Endlich essen. Endlich. Was sagt er hierzu? Oh, das sieht richtig toll aus. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Ja. Ich habe hier so eine schöne Nudelbox. Oh, nicht lecker. Oh, nicht lecker. Oh, nicht lecker. Auch nicht lecker. Esst lieber das erstmal Watt, dann kommst du wieder zu Kräften. Ihr merkt schon Leute, wir waren wirklich eine ganze Zeit lang auf Wasser gewesen. So, jetzt lassen wir uns erstmal schmecken. War wirklich ein toller Angeltag. Wir haben vier Fische gefangen. Sieben Aktionen gehabt. Kann man mal machen. Bei bestem Angelwetter. Ja, und jetzt brauchen wir erstmal eine Stärkung. Das hilft nicht. Ein bisschen Energie. Genau. Leute, ich hoffe ihr habt wieder Spaß mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das wieder heißt Angeln mit Motorspray-Angeln. Bis dann, wir Petri, ciao und macht's gut. Macht's gut.